So Leute, hier hängt eine goldene Schallplatte neben der anderen und the one and only Matze! Hallo Freunde! Wir sind hier echt gut gelaunt und machen einen Riesensong zusammen. Und es ist Mitternacht, wir haben heute Morgen angefangen, wir sind fix und fertig, aber jetzt gibt es jetzt mal ein Bierchen zu und dann geht es morgen weiter. So Freunde, 18.11 Uhr, ich habe nämlich hier aufgebaut, meine Working Station. Und wie ihr seht, exportieren jetzt gerade noch ein paar Pfeils. Wir haben das nämlich so gemacht, dass so diese ganzen Drumloops und die modernen Sachen und die Popsachen, die habe ich quasi hier bei mir arrangiert und den Rest hat der Matthias mit seinen Gitarren eingespielt und mit seinen analogen Hallgeräten gemischt und so weiter und so fort. Und ich habe ein unfassbar, früher mal unfassbar teures Röder, das wurde das gar nicht mehr hergestellt. Hallgeräte, das ist halt 480 Jahre von Lexikon. Ja. Ja, das ist die Fernbedienung davon. Ja, und rausstuhlst du da unten im Rack, macht immer schön Lärm. Das hier. Ja. Und das ist jetzt einfach für, gerade für Gesang, für Hall einfach das Geilste, was es gibt, das ist so natürlich. Das ist so das Salz in der Suppe. Ich mach's nicht noch einmal, dann wick dein Kuss, ich kenne dich, ich bin doch nicht. Ja, so ist das halt. Man singt so oft neu, bis man das Gefühl hat, der Song wird rund. Vom Verständnis her, dass ihr, wenn ihr quasi in den Clubs feiert und auf den Konzerten seid, auch sofort mitsingen könnt und versteht, worum es geht. Das ist das A und O. Das ist wichtig, wir verstehen, worum es geht. Ja. So, das geht runter wie Butter hier. Das klingt, das ist so ein, ja, wir brauchen gar nicht viel zu ziehen. Ein guter Song ist ein guter Song und der klingt einfach. Ja. Wir sind die Größten. Schicker. Schicker. Eiskalt. Eiskalt.